Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bayern München, Bundesliga 2023-2024, 33 Spieltag, Bayern München gegen VfL Wolfsburg, Ergebnis 2 zu 0. Startelf von Bayern München, Manuel Neuer, Kimmich, Uppekano, Kim Davies, Parflank, Korinska, Sofonarek, Thomas Mollach, Zakaritsa, Thiel. Startelf von VfL Wolfsburg, Kaltelitz, Lachryx, Brunnerw, Rins, Patras, Baku, Marcele, Arnold, Wiener, Meier, Wind. Das war's von Bayern München gegen VfL Wolfsburg, 9.09. Das war's von Bayern München. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank.